Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 34. Folge der Redstone World, zusammen mit Josef. Hallo Leute. Ihr seht schon, der Flughafen kommt so langsam voran. Wir sind hier fleißig am Aachen und Tun. Ich kann euch nur empfehlen, die letzte Folge vom Josef anzuschauen. Da hatten wir euch um eure Hilfe gebeten. Und zwar brauchen wir für jeden Diamantblock, den ihr hier vorne sehen könnt, einen Text bzw. eine Textvorlage für unsere Flughafenrundfahrt. Alles dazu könnt ihr bei Josef sehen. Ansonsten bin ich in der letzten Folge hier am Flughafen aktiv gewesen. Ihr seht, wir haben die Landebahn verlängert. Das war ein oft aufgetauchter Kommentar. Die sieht soweit jetzt ganz gut aus. Ich bitte, wie gesagt, nochmal darum, mir zu erklären, wofür die Zahl hier vorne am Ende der oder am Start der Landebahn da sein soll. Da wurden ja drei verschiedene Theorien aufgestellt. Auch das alles in meinem letzten Video. Da bitte ich auch nochmal um die Hilfe. Der Zaun ist hinzugekommen, über die ganzen Sachen hier sind Gras gewachsen und die Flugzeuge starten jetzt Richtung Süden, landen Richtung Norden. Und zufälligerweise geht dann natürlich auch so der Wind immer in diese passende Richtung. Zusätzlich waren wir in der Folge aktiv, haben hier hinten, wo der Josef jetzt gerade am Bauen ist, einmal ein Triebwerk gebaut. Da ist es, das soll dann später gelöscht werden. Die Animation dazu macht Josef. Ich möchte jetzt auf die nächsten Kommentare eingehen. Und zwar wurde sich gewünscht, dass noch fehlende Flugzeugfahrzeuge, die hier zum Flughafen gehören, oder Flughafenfahrzeuge, noch gebaut werden. Und genau da möchte ich mich mal ausprobieren. Der erste Kommentar, der öfters aufgetaucht ist, war der, dass sich viele ein Flugzeug schlepper. Ich glaube, das ist auch die richtige Bezeichnung gewünscht haben. Und den wollen wir bauen. Von der Form her, gehen wir mal kurz hier zum Flugzeug hin, ist der so, dass er hier vorne sich einhakt beim Flugzeug. Das Rad eventuell sogar eingeklemmt wird. Deswegen hat er hier so eine Aussparung. Ist relativ flach, dass er hier unter die Räder der Flugzeuge kommt. Und vorne ist da ein kleines Cockpit, wo er sozusagen dann die Flugzeuge mitnimmt. Genau das, oder steuern kann, wie er die Flugzeuge mitnimmt. Und genau das wollen wir bauen. Wir brauchen das auf jeden Fall nach vorne fahren, können die Flugzeuge natürlich selber. Aber um hier aus den Buchten rauszukommen, müssen die dann halt von so einem Fahrzeug geschoben werden. Am besten dann entweder so direkt bis auf die Landebahn. Oder gegebenenfalls so, wie ich es jetzt auch hier eingebaut hatte mit den Leitlinien, dass sie rückwärts, wir gehen das mal am besten hier einmal rückwärts zusammen entlang, so hier rausgeschoben werden, um die Kurve entlang, bis sie halt in dieser geraden Position stehen. Und wenn das dann der Fall ist, können die dann wieder aus eigener Kraft hier vorne bis auf die Start- und Landebahn rollen. Ich denke mal, das ist doch logisch, oder Josef? Selbstverständlich. Also, ja, doch. Ja, ja, das sollte passen. Gut, wo wollen wir die denn hinstellen? Hast du eine Idee? Nein. Ich bin auch gerade am Überlegen. Ich baue mal einen hier so in diese Ecke erstmal, dass er hier so steht. Oder haben wir noch eine spezielle Stelle, wo es gerade Sinn macht? Lass mich auch nochmal kurz von oben gucken. Ich glaube, ich baue einen hier hin und ich baue einen da hin. Die müssen jetzt ja nicht direkt am Flugzeuge am Ziehen sein, aber die können ja hier irgendwo auf dem Flughafengelände sein. So, dann starten wir, wie wir es auch immer gemacht haben. Ich baue mal so einen gelben, so kenne ich die zumindest von unserem Flughafen. Dann haben wir ja nochmal ein bisschen andere Farben drinne. Und wir bauen wieder, wie wir es auch kennen, mit den Rädern. Die Räder sind meistens fast ganz so hoch wie der ganze Flugzeugschlepper. Und wir machen das mal so, dass er hier geparkt ist. Wir setzen dann hier vorne ein Ratten. Hier vorne, wir machen die mal... Ne, wir müssen die drei Blöcke breit machen, dass das auch hier so passt. Oder wir machen die fünf Blöcke breit. Aber das sieht dann... Es sieht fünf Blöcke breit zu breit aus, Josef. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es schlecht abschätzen. Guck mal. Ich auch nicht. Warte, ich gucke mal. Es muss auf jeden Fall eine ungerade Zahl sein, damit wir die Halterung reinbauen können. Wie ist das mal aus? Ich könnte es dir wieder deutlich vorstellen. Also, die sind schon ziemlich groß, die Teile. Ich glaube einfach, dass unsere Flugzeuge im Verhältnis zum echten Maßstab von den Teilen ziemlich klein sind. Ja. Ich mache mal einen mit fünf. Jetzt erst mal im ersten Versuch mit den Zuschauern zusammen. Und dann gucken wir mal. Man kann sich immer noch steigern oder verkleinern. Ja, denke ich auch. Wir machen mal einen mit fünf. Von der Breite und Länge passt das, glaube ich, vom Maßstab auch ganz gut. Da muss man immer so ein Gefühl für entwickeln, dass man das alles optisch passend machen kann. Dann setzen wir jetzt nochmal die Räder hier passend hin. Auch hier müssen wir nochmal nach unten, dass die Räder nach unten ausgerichtet sind. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Die Teile sind, wie gesagt, flach. Räder könnten sogar zwei Blöcke hoch sein. Kriegen wir aber jetzt so hier in Minecraft nicht gebaut. Deswegen lassen wir es mal so. Ja, passt das? Wir machen nochmal einen länger. Ich glaube, das sieht von den Maßen immer besser aus. Was machst du gerade? Ich baue jetzt gerade hier ein bisschen Technik am Flughafen und so ein bisschen Wassergeschichten. Also, dass die Leute hier ein- und aussteigen können in die Rundfahrt. Ja, 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 das ist doch gut. So, dann gehen die Teile gefühlt. Wir nehmen auch hier jetzt mal Smooth oder Slabs. Die gehen dann halt immer noch ein bisschen nach vorne. Ich würde fast sagen, zwei Blöcke. Dann machen wir immer die Fahrerkabine hin. Zwei Blöcke oder machen wir einen Blok. Gucken wir mal kurz, wie es aussieht. Ne, das sieht, denke ich, ganz gut aus. Wir machen die Fahrerkabine mal so hier vorn hin. Manchmal haben die hier so Auftrittplattformen, wo die drauf können. Da machen wir jetzt mal einen Teppich hin. Einen grauen, dass die hier zack und zack da auf den Ecken drauf hüpfen können. Das gibt es, glaube ich, auch in echt. Und dann bauen wir hier einmal die Fahrerkabine. Die machen wir jetzt mal komplett aus Glas. Wir nehmen ja dazu mal das dunkle schwarze Glas. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht verwendet. Dann haben wir hier eine gute Kontrastmenge drin im Vergleich zum Gelb. Und hier sind dann nachher die Fahrer bzw. die Kontrolleure, die die ganze Apparatur steuern. Mal schauen, ob wir da noch ein Lenkrad reinmachen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Und dann bauen wir das hier einmal noch nach oben, dass es passt. Und oben drauf machen wir, damit das alles ein bisschen so flacher und gedrückter aussieht, Teppiche. Dann ist es nämlich alles ein Ticken niedriger, als wenn wir da irgendwie ein Half Slap oder ähnliches einbauen müssten. Jo, das sieht doch gut aus. Hier drüben kann man kein Teppich setzen. Können wir aber auch mit einem String, glaube ich, ein wenig manipulieren. So, den String sieht man ja. Ja, von außen sieht man den gar nicht. Das ist doch gut. Und dann müssen wir jetzt einmal überlegen, wo die Flugzeuge eingehakt werden. Das ist halt hier hinten der Fall. Ich würde das so machen, dass die Räder ein Block hier überstehen, dass es passt. So, zwei Blöcke machen wir nicht wie vorne. Der muss nach oben ausgerichtet sein. Da kommen dann gleich die Rücklichter dran. Vielleicht auch noch als kurzer Hinweis. Beim Flugzeug bzw. beim Helikopter wurde gesagt, dass hinten die Lichter grün und rot sind und nicht hell sind. Das hatte ich auch zwischen den Folgen einmal umgesetzt. Dann bauen wir hier einmal diese ganze klassische Apparatur, die bis nach vorne geht. Die sehen ziemlich komisch und klobig aus, auch in echt. Also, wenn ihr die nicht kennt, bevor ihr hier irgendwie Kritik am Design ausübt, würde ich euch empfehlen, einmal zu gucken, wie diese Flugzeugschlepper in echt aussehen. Dann seht ihr, dass die wirklich fast genauso klobig sind, wie das Gebaute, was wir jetzt hier haben. Schön. Ist wirklich so. Kennst du ja, die sehen ja so aus wie ein plattgerolltes Auto, so gefühlt. Ja, 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 ja. Sind die auch immer noch tiefer gelegt, oder? Ja, die müssen halt so sein, dass die halt komplett unter das Flugzeug passen. Ja. Das ist immer so ein bisschen die Problematik, die, glaube ich, bei den Teilen besteht. So. Äh, mit dem Stick konnte man noch dafür sorgen, dass Glas sich nicht mehr mit manchen Sachen verbindet, ne? Ja. Gut. Dann mache ich das nachher, dass es der Fall ist. Und dann müssen wir jetzt hier einmal so eine, die machen wir mal besser aus Eisen lücken. Dann sieht das auch, denke ich, besser aus. Da müssen wir die Verankerung so machen, dass halt das Flugzeugrad vorne hier ähnlich wie bei so einem Sattelschlepper eingehakt wird. Und das machen wir, indem wir hier, ja, so eine Hakposition machen. Ich glaube da nämlich, zack, 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 das müssen wir frei machen, weil hier rollt sozusagen nachher das Rad rein. Da können wir jetzt nochmal hier so eine Hakposition mit einem Amboss machen. Das sieht, denke ich, mal ganz gut aus. Der hat die nötige Farbe und da wird dann das Flugzeug, äh, eingehakt. Das bauen wir jetzt mal hier so weiter, dass es passt. Und dann wird es hier eingehakt, zack, zack. Da kommen gleich nochmal so, äh, Rücklichter dran, wie wir das auch gemacht haben. Das Flugzeug wird hier eingehangen. Das verstärken wir jetzt auch nochmal ein bisschen, erheben das von der Höhe. Im Vergleich zu den anderen Sachen nochmal ein wenig. Das entferne ich nochmal, das sieht noch nicht so gut aus, wie ich mir das gedacht habe. Und dann kommt hier einfach das Dach drauf. Was sagst du, Josef, dazu? Sieht, sieht klobig aus, muss man einfach sagen, so im ersten Blick. Ach, passt aber vom Flug her. Ist aber, denke ich, gar nicht so unrealistisch. Ja. Das Flugzeug wird dann halt vorne eingehangen und dann, äh, passt das auch einigermaßen. So, hier müssen wir mal gucken. Wir ziehen jetzt hier nochmal eine Rückwand am besten auch aus Eisen ein, dass es von innen auch aussieht. Dann kommt hier einmal ein Sitz rein, bevor wir das gemacht haben. Wo ist er? Den machen wir mal aus Stein. Das passt doch. Der kommt hier hin. Und dann, gibt es irgendwas, das wie eine Kontrolltafel aussieht von den neuen Arbeitsblöcken? Äh, nö. Wenn es eine Kontrolltafel von den neuen Arbeitsblöcken hat, würde ich keine Ahnung. Ich würde vielleicht irgendwie ein Frame auf den Boden legen und dann da was reintun mit dem Command-Block oder so. Ich nehme jetzt mal diesen Loom, also diesen Webstuhl. Der sieht fast so ein bisschen technisch aus. Okay. Passt das, denke ich mal, halbwegs ganz gut. Und dann müssen wir jetzt hier wieder unseren Trick mit dem String verwenden, so dass wir die Teppiche hier einmal schwebend drüber platzieren können, dass das hier alles passt von der Optik. So, Teppich, Teppich, Teppich. Ja, das sieht übelst klobig aus. Aber ist doch so okay. Meinst du, findest du? Ja. Ich weiß, ich bin noch nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Dann musst du weiter bauen. Du musst zufrieden sein. Ich muss auch zufrieden sein. Aber ich bin mit allem erst mal zufrieden. So, ich denke mal, so sieht es besser aus. Dann haben wir hier das Cockpit, wo der Fahrer theoretisch in alle Richtungen gucken kann. Und dann machen wir jetzt nochmal so ein bisschen die Teilarbeit an den Seiten daran, wie wir das auch gemacht haben. Dann passt das von der Struktur alles ein bisschen besser. Hier machen wir dann nochmal so Leitern, wenn was ist. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder die Item-Frames, die wir benötigt haben, um die Licht einzubauen. Ich habe eine Idee. Wenn du mal kurz was anderes machen möchtest oder kurz eine Auszeit brauchst, habe ich was für dich. Ja, okay. Warte mal. Und zwar, ob du mal ganz kurz mit deinen Design-Talenten hier mir helfen könntest. Ja, warte, ich nehme nochmal kurz hier so ein paar Buttons. Ich mache das kurz fertig, Josef. Dann sind wir sofort auch da. Mach das fertig. So, den machen wir hier hin. Ah ne, wir können hier einen Hook hin machen. So, dann passt das. Den setzen wir einfach mal hier hin, so als wenn das da wirklich eingehakt werden kann. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal auf der einen Seite eine Eisentür hin. Die kommt hier hin. Der Teppich kann dann ja dann auch drauf. Das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Iron Door, wo ist sie denn? Hier ist sie. Zack. Zack. Und dann haben wir hier schon ein bisschen mehr Struktur. Dann nehmen wir nochmal so einen technischen dunkleren Block. Ich glaube, das schwarze Konkret nehmen wir da am besten. Ne, wir nehmen das dunkelgraue, das passt auch zum Glas. Und ziehen hier und hier einfach nochmal so zwei farbliche Elemente ein, dass es ein bisschen besser einfach von der Struktur aussieht und wir ein paar mehr Effekte mit drin haben, dass es dadurch nicht so langweilig wird. Dann kommen hier und hier nochmal Knöpfe hin. Hier und hier die Hooks. Und dann passt das, denke ich mal, Josef. Was sagst du? Kannst du nochmal kommen? Ich habe jetzt nochmal ein paar Details hinzugefügt. Ja doch, das erkennt man gut. Das erkennt man gut, dass das Ding ist. Ja, ist schon schön. Ist dann der flache Flugzeug. Kannst du den einmal mit der Struktur kopieren? Ja, klar. Dann nehmen wir den mich direkt und setzen den nochmal hier hinten hin. Janus, merkt mal ganz kurz diesen Block hier, den ich habe. Und setze diesen Block dorthin, wo du den hinhaben möchtest. Gut, äh, ja. So, das ist nach hinten. Dann parken wir nochmal einen hier hin, würde ich sagen. Haben wir einfach hier auf dem Flughafenplatz ein bisschen mehr Leben, auch in der ganzen Sache drinnen. Gut, perfekt. Dann nimmt das weg. Und dann sieht das doch gut aus hier. Dann haben wir hier so die Schläffer stehen, die die Flugzeuge nach vorne und nach hinten ziehen können. Das sieht gut aus. Und es kommen noch mehr Fahrzeuge hinzu. Ich habe mir noch zwei Stück mindestens überlegt, die kommen. Und da können wir Josef jetzt hier nochmal ein bisschen helfen. Genau, und zwar ist das der Ort, wo die Umfrage, ach, Umfrage, ich sage immer Umfrage, wo die Rundfahrt, ähm, man, ja, pausieren kann. Mhm. Ich überlege, ob man so eine kleine Haltestelle hier rausmacht. Das heißt, du siehst, das ist jetzt so die Rundfahrt. Man kommt dann hier an. Ja. So, und der Zug entschleunigt hier. Und hier kann man dann aussteigen und zur Feuerwehrwache gehen, wenn man möchte, und auch wieder zurück reingehen. Schafft man das in der Zeit, die Arme? Es kommt immer ein neuer Zug. Ach so, okay. Hier werden neue Züge gespawnt, also der Zug ist nicht weg. Das ist gut. Wie man das gestalten soll, meinst du? Genau, ich überlege, ob man hier so eine kleine Bushaltestelle macht, die man so hier hochführt. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Na, und das ist so die Frage, ob du da eine Idee hast, wie man das gestaltet. Entweder wir machen die so eine ganz lockere mit so Eisenbars. Na, die können schon ein bisschen fester werden. Eisenbars finde ich sehr filigran. Also das sollten wir vielleicht. Dann würde ich aber so Zauntore nehmen. Entweder aus Holz oder aus. Können ja durchaus welche aus Stonebricks. Entweder die oder Stonebricks nehmen. Sag mal ganz kurz, hast du mal kurz ein Flachdach? Also wenn wir jetzt hier so. Nee, oder? Ich würde die aus Stonebricks machen. Ja, aber vor... Das finde ich sieht nicht schlecht aus. Aber ich würde die nur hinten verankern, weil Bushaltestellen haben in der Regel nicht bei beiden Seiten, oder? Okay, die bei uns hier schon, aber das kann man auch so machen. Es gibt auch viele, die das wirklich nur hinten haben. Ich fand das gar nicht so schlecht mit der Verankerung. Ich würde die dann genau nach vorne machen. Was meinst du? So was in diese Richtung? Ja. Dann ein Schild obendran hier so. Okay. Ist das mittig? Nicht ganz. Hast du einen Text der 2... Ist nicht ganz mittig, Josef? Achso, geht auch nicht, weil das eine 1-Block-Mitte ist. Geht nicht. Und keine 2-Block-Mitte ist. Korrekt. Okay, dann lass uns doch hier ringsherum ein bisschen grün machen. Mhm. Dann haben wir ein bisschen hier das Grün übernommen, was wir sowieso jetzt hier schon überall am Flughafen haben. Das sind die Fahrtbuchten, das sind die Parkbuchten. Das kommt bis hier hin, das kam bis hier hin. Dann mache ich das mal so, Josef, das... Warte mal, das nehmen wir mal weg. Setzen hier das hier hin, auch hier drunter. Müssen sowieso nochmal die Holzblöcke, das hatten wir wohl beim letzten Mal... ...übersehen. Und dann können wir jetzt hier auch einmal das Grün machen. Hier ist die Umrandung, die entlang geht. Die bauen wir auch nochmal. Und dann bauen wir ein Loch einmal kurz zusammen, jetzt hier zum Ende der Folge... ...die passende Umrandung hin, dass das alles gut aussieht. Zack, zack. Kannst du schon mal Gras dazwischen? Oder kümmerst du dich um den Bereich da hinten? Ich komme euch in den Bereich gerade. Okay, perfekt. Wir machen hier jetzt nochmal ein bisschen das hin. Hier hat Josef wie auch überall das andere hingesetzt. Dann haben wir auch einen einheitlichen Look hier bei der Feuerwehr. Hier machen wir nochmal so ein bisschen Grün hin, das sieht dann nachher vor allem auf der Map und von oben ziemlich cool aus. Dann sieht der Flughafen nicht zu plain auf irgendeine Betonplatte gesetzt aus. Wir müssen noch einen Eingang machen, der dann zur Feuerwehr reinführt. Ich weiß nicht, ob ich diesen Boden hier wirklich dann Stein lassen möchte oder ob ich hier nicht irgendwie Holzplanken hinziehe. Und wenn man hier nochmal den Durchgang macht in die Feuerwehr, da würde ich auf jeden Fall gucken. Das würde ich an dich nochmal übergeben. Genau, da kann man ja überlegen, was man so alles machen kann. Warte mal, ich muss hier noch ein bisschen kleines Glas, Gras aufnehmen. Dann passt das hier drinnen auch. Ja, aber Josef, das sieht doch gut aus. Das ist dann die Haltestelle. Hier kann man dann sich die Feuerwehr angucken, den Eingang bauen wir noch. Das würde ich sagen, machen wir aber alles in der nächsten Folge. Und du machst dann wahrscheinlich mit der Animation oder sowas weiter, ne? Genauso soll es sein. Gut, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle fürs Zusehen. Ihr könnt mir ja nochmal Ideen schreiben, welche Flugzeugfahrzeuge wir auf jeden Fall noch bauen sollten. Zwei habe ich noch im Kopf, die verrate ich jetzt noch nicht. Die kommen aber auf jeden Fall. Wenn ihr dann da noch mehr habt, lasst mich das am besten mal in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen und morgen geht es bei Josef auf dem Channel weiter. Ciao, Leute. Ciao, Leute.